Kochen. So ziemlich einfach. Und gut. Mit ganz viel Geschmack. Geschmacklich tut's, wie ein Schwein. Das Grüne Chili kommt doch gleich noch ein wenig. Man braucht's nicht. Flavorites, die Kochshow von René Schudl. Icobello, mit der Karre läuft. Flavorites, jeden Mittwoch um 18 Uhr auf ProSieben. Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin.